Wer Kindern sexuelle Gewalt antut, der muss mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden. Ohne Wenn und Aber muss klar sein, dass das ein widerliches Verbrechen ist und das muss sich auch im Strafmaß ausdrücken. Und deswegen will ich härtere Strafen ermöglichen für sexuellen Missbrauch. Das muss klar zum Ausdruck kommen, ohne Wenn und Aber ein Verbrechen. Und wer mit Kinderpornografie Geld verdienen will oder eine Tauschbörse betreiben will, auch dem muss klar werden, dass es sich um ein Verbrechen handelt und eben auch über das Strafmaß darauf reagiert wird. Deswegen haben wir vor einigen Wochen die Möglichkeiten für Ermittler verschärft, damit diese bessere Zugangsmöglichkeiten in widerliche Chatrooms haben. Deswegen will ich, dass in Zukunft Provider, wenn Kinderpornografie gemeldet wird, diese an das BKA weiterleiten müssen. Das können wir noch vor der Sommerpause verabschieden. Und darüber hinaus muss jedes Mal, weil diese Szene sich dauernd entwickelt, müssen wir dauernd prüfen, mit welchen Maßnahmen wir dafür sorgen können, unsere Kinder zu schützen und klarzumachen, das sind widerliche Verbrechen und darauf reagieren wir auch mit Strafrecht.